Gut, dann biegen wir jetzt aber zu den Picks ein. Basti, ich habe schon gesehen, neulich beim Geburtstag bei dir, dass Leute schwer verwirrt sind von diesem Objekt an deiner Tür. Ganz genau. Ich habe seit einer Weile zum Testen ein smartes Tierschloss. Ach so, ich dachte, das ist Paketschwein. Das Paketschwein, da sind Leute auch sehr irritiert, aber ich weiß nicht, ob das zu den Pickregeln zählt, dass man das hier picken darf. Aber nein, statt dem Paketschwein, also ein zusätzliches Paketschwein, habe ich gerade zu Hause ein smartes Türschloss montiert zum Testen, und zwar das Nuki 2.0, also Nuki Smart Lock 2.0. Das ist N-U-K-I. Genau. Und das ist erst mal so mechanisch deutlich dümmer, als der Name, also Smart Lock ist, erscheinen lassen möchte, weil man steckt seinen Schlüssel in das Schlüsselloch und setzt das Schloss oben drauf und das dreht einfach diesen Schlüssel. Nein. Ja, aber ich meine, es geht. Ja, doch, doch. Aber das macht halt Sinn, tatsächlich. Also das kann man tatsächlich witzig finden. Aber das ist natürlich der, ich weiß gar nicht. Ich dachte, das soll das nur symbolisieren, was denn das Ding wird. Ja, wie denn sonst? Das ist ja wohl wirklich ein Witz, oder? Nein, das ist tatsächlich absolut sinnvoll, weil du musst deinen Zylinder nicht ausbauen. Du kannst weiterhin von außen, wenn dein Zylinder lang genug ist, dein Schloss mit dem normalen Schlüssel weiter bedienen, wenn du das denn möchtest, oder wenn das Ding leer ist, oder man weiß es halt nicht genau. Und damit setzt du das einfach auf den vorhandenen Schließzylinder drauf. Und das ist tatsächlich eigentlich keine blöde Idee. Ich weiß gar nicht, ob es andere Schlösser gibt, die das anders machen. Weil im Grunde ist das keine dumme Idee. Okay, auch wenn das ganz offensichtlich relativ witzig ist. In den USA gibt es ja diese Deadbolt-Schlösser, die so, das ist auch ein Witz, aber da gibt es halt auch die entsprechenden Dinger, die du auf diesen Deadbolt drauf, der ist dann innen, innen hat der einen festen Hebel, ja, statt einen Schlüssel. Und da gibt es halt für die USA-Schlösser solche Dinge, die du auch draufsteckst und die drehen dann halt diesen Hebel hinterher. Das ist die Entsprechung, dass du halt innen den Schlüssel benutzen musst. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es bei dem Deadbolt und bei den Hebeln finde ich es noch, da muss ich weniger drüber lachen. Aber dass dieses Objekt, das smarte Objekt einfach ganz banal einen in der Tür steckenden Schlüssel dreht, ist, finde ich schon relativ erheiternd, muss ich sagen. Der smarte Aspekt ist woanders. Genau, aber ich meine, wie willst du es sonst machen? Du musst halt, sonst hast du halt einen riesen Hickhack, das ist mir schon auch klar. Genau. Also das ist am einfachsten und es ist halt zu 100% reversibel. Das ist aufgeklebt. Das klebt innen auf meinem Türschloss drauf. Also du kannst es auch anschrauben. So ein doppelseitiger Sticker. Aber da ist so ein fetter doppelseitiger Sticker dabei, klebst du drauf. Und wenn ich das morgen nicht mehr benutzen möchte, dann nehme ich es einfach ab. Und ich muss nichts montieren oder demontieren oder was weiß ich was, sondern ich nehme einfach das Ding runter. So, und jetzt sitzt es also da innen drauf und kommt natürlich mit einer App. Und es fängt zum Beispiel damit an, da ist ein Knopf außen drauf. Du konfigurierst, also du kalibrierst dieses Ding einmal, dass es versteht, wie weit kann sich dein Schloss drehen und in welchem Status heißt es, dass die Tür offen ist oder zu ist und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt also zum Beispiel das Haus verlassen möchte, gehe ich einfach hin, drücke einmal auf den Knopf, der an diesem Gerät ist. In dem Moment sperrt er mir kurz die Tür auf. Ich gehe jetzt die Tür hinter mir zu und wenn die Tür zu ist, sperrt er hinter mir ab. Und genau so funktioniert die ganze Geschichte auch andersrum. Ich komme nach Hause und ich kann zum Beispiel der App sagen, wenn ich nach Hause komme und du siehst dieses Schloss per Bluetooth, dann sperr es bitte auf. Und das dachte ich am Anfang so, ja, das ist irgendwie ganz nett und das ist richtig fantastisch. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das ein Ding ist. Aber also gerade bei uns, bei uns ist die Wohnungstür ist direkt am Ende einer Treppe. Da ist kein großer Aufenthaltsraum davor und jetzt kommst du also zum Beispiel vom Einkaufen zurück, hast eine Klappkiste mit einem Einkaufen in der Hand. Normalerweise stellst du die halt auf der obersten Treppenstufe ab, sperrst auf, gehst rein und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich die Treppe hoch und während ich die Treppe hochgehe, schließe diese Tür oben auf. Und die schließt so lange auf, bis sie den Schlüssel einmal überdreht. Damit öffnet sich halt auch dieser Schnapper. Und die Tür geht langsam auf. Und das ist relativ angenehm, weil dann spazierst du halt einfach in die Wohnung rein. Was hier eine Haftpflicht, eine Versicherung, eine, eine, nein, wie heißt die, die Sachen in der Hausratversicherung dazu sagt, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Das sollte man vielleicht individuell mit seiner Hausratversicherung abklären, ob die was dagegen haben oder nicht. Aber grundsätzlich ist das halt, ist dieser, dieser, dieser Convenience-Faktor schon sehr, sehr hoch. Ich bin umgezogen, habe der Hausratversicherung gesagt, hey, ich bin umgezogen, hier neue Adresse auf dem Land. Dann schicken sie einen Brief aufs Land mit der neuen Adresse und in dem Vertrag steht drin, Versicherungsort München. Ach hervorragend. Also haben sie meine Adresse geändert, aber nicht den Versicherungsort für diese Versicherung. Also wäre halt, wäre es Hausratversicherung vielleicht manchmal etwas schwierig. Ja, ich hatte ja dieses Nello-System im alten Ding. Was mehr eine Klingel war, ne? Das wird an die Klingel angeschlossen und ich habe auch gedacht, das ist ein bisschen albern. Aber was ich halt machen konnte, ist an meiner eigenen Tür klingeln. Und wenn ich gerade selbst nach Hause gekommen bin, hat das dazu geführt, dass der Türöffner ausgelöst hat. Das heißt, ich musste mit der Einkaufskiste nur bei mir selber klingeln. Die Tür ist aufgegangen. War sehr gut. Insgesamt, also. Hast du die Bridge auch? Genau, da komme ich noch dazu, genau. Also die eine Geschichte ist, du kannst dieses Ding autark so benutzen. Das redet dann per Bluetooth mit deinem Telefon. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es halt vielleicht auch nicht. Also das kann einfach mal passieren. Das ist halt alles Technik. Lustigerweise funktioniert es mit dem Android-Gerät besser als mit dem Smartphone von der Frau. Da sperrt er ab und zu einfach nicht ganz auf. Das habe ich bisher noch nicht verstanden, warum. Habt ihr aber mangels, also mangels dessen, dass ich nicht dauernd das Smartphone meiner Frau in der Hosentasche habe, habe ich es noch nicht genau herausgefunden. Und damit ist das Ding natürlich grundsätzlich erstmal autark und nur per Bluetooth erreichbar. Möglicherweise natürlich hackbar, das ist ein Stück Elektronik, das ist ein kleiner Computer. Im Zweifel ist der sicherlich möglicherweise irgendwie hackbar. Gehen wir mal davon aus. Nicht und du musst nah genug dran sein, um Bluetooth-Empfang zu haben. Ich meine, da kannst du auch vor der Tür sitzen. Zusätzlich gibt es dazu eine Bridge, die steckt man sich halt in die Steckdose, die stellt eine Verbindung mit dem Nuki her und die stellt eine Verbindung mit dem lokalen WLAN her. Und damit ist man dann halt auch in der Lage, außerhalb der eigenen vier Wände bzw. außerhalb der Bluetooth-Reichweite mit diesem Schloss zu interagieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich das Zuhause verlasse und ein Geofence verlasse, sagt mir dieses System, ey, du hast gerade Zuhause verlassen, soll ich mal absperren? Also wenn du nicht abgesperrt hast, wenn du abgesperrt hast, sagt er nichts. Und geht halt so weit, dass ich eine Notification auch auf der Uhr bekomme. Sogar auf der Garmin kann ich mit dieser Notification, zumindest mit der Android-Garmin-App, interagieren. Weil ich weiß, geht es auf der Apple Watch auch. Dass man dann sogar sagen kann, ja, ich habe verlassen, sperr mal zu. Und dann sperrt er halt deine Tür noch zu. Und ich kann das halt auch aus der Ferne auf- und zumachen. Das heißt, wenn jetzt mal, keine Ahnung, meine Schwester aus irgendwelchen Gründen bei uns in die Wohnung müsste und ich bin nicht zu Hause, brauche ich dir keinen Schlüssel geben. Sondern kann sagen, jo, bitte, du darfst hier rein. Angenommen, ich habe irgendwie ein Airbnb zu Hause, kann ich jemandem für eine bestimmte Zeit Zugriff geben darauf. Kann ich sagen, hier, ich lade dich mal kurz ein und dann ist der in der Lage, für den Zeitraum, wo ich das möchte, mit seinem Smartphone die Tür auf- und zuzusperren. Und das ist eigentlich relativ nett. Nachteil hier ist natürlich, plötzlich hängt der Schlüssel zu deiner Wohnungstür am Internet. Ob man das möchte oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Oder zu irgendeiner Tür, ne? Zu irgendeiner Tür, genau. Naja, es kann natürlich, kannst du auch einen Schuppen absperren. Natürlich, klar. Also du kannst ja beliebig viele Nukis da dranhängen. Das skaliert halt mit deinem Geldbeutel. Und das muss man halt für sich wissen. Der Haupt, also für mich zumindest, der Haupt-Convenience-Faktor ist tatsächlich unabhängig von der Bridge. Also dieses, ich komme nach Hause, mein Smartphone sieht dieses Schloss, sagt dem Schloss, yo, ich bin zu Hause, sperr mal bitte auf. Der ist halt auch ohne die Bridge gegeben und das funktioniert tatsächlich auch einwandfrei. Das Ding redet mit HomeKit. Auf dem iPad der Frau kommen andauernd Informationen darüber, dass die Tür auf- und zugegangen ist. Man kann, wenn man das möchte, das ist standardmäßig ausgeschalten. Ich habe das auch weiterhin ausgeschalten. Seinen smarten Heimassistenten sagen, dass sie das Schloss entsperren und sperren können. Also sperren geht immer. Also ich kann sagen, Alexa, sperr mal bitte die Tür zu. Und dann sperrt der Snooki die Tür zu. Andersrum kannst du es auch aktivieren, dass du sagen kannst, Alexa, sperr mal die Tür auf. Willst du halt vielleicht nicht, weil dann steht sich einfach jemand draußen vor die Tür und brüllt ganz laut. Und dann geht halt deine Tür auf. Das willst du vielleicht nicht. Deswegen ist es standardmäßig aus. Das ging natürlich auch. Wer ist manchmal super praktisch. Also stell dir vor, das ist deine Haustür und dem man klingelt und du hast, gerade wir kennen das alle, Finger voll mit Pizzateig. Und dann kannst du einfach sagen, hier, sperr mal die Tür auf und dann ging die Tür auf. Ob man das will oder nicht. Wie gesagt, das steht auf dem anderen Blatt. Aber insgesamt ist das ein relativ cooles Ding. Ist halt eine Smart Home-Geschichte, ob man die braucht oder nicht. Wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Ich weiß gerade gar nicht, was das Teil kostet. Das kannst du sicher live herausfinden. Das sind auch nicht ganz billig. Nookie Combo 2.0. Das wäre spannend. 300 Euro kostet das Ding. Das Nookie 1 kriegt man ab und zu noch für relativ wenig Geld. Unterscheidet sich wie? Das Nookie, dass eine andere Versionsnummer draufsteht und es ein bisschen dümmer ist. Groß und Ganzen. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es da die Bridge schon gab oder nicht. Die Bridge gab es schon. Ich war mir da nicht sicher. Ich habe doch mal zugestanden dir, dass ich das nie installiert habe. Ah, ja, ja, okay. Deswegen kann ich auch nichts zu den Unterschieden sagen. Bei dem Nello konnte man einstellen, dass zum Beispiel, wenn der Postbote immer zwischen 15 und 16 Uhr kommt, konnte man auch einstellen, dass zwischen 15 und 16 Uhr jeder einfach den Türöffner auslösen kann. Und die Tür, die geht ja nur bis zum Flur. Also den lässt du nicht in die Wohnung rein mit dem Türöffner, sondern den lässt du nur in den Flur rein. Dann kannst du sagen, immer wenn es zwischen 15 und 16 Uhr klingelt, dann machst du den Türöffner und dann kann der ein Paket reinlegen. Die haben da auch angefangen, so Integrationen anzubieten, dass möglicherweise der Türöffner irgendwann vom Postboten selbst ausgelöst werden kann über dessen App. Aber so weit war das damals irgendwie noch nicht. Aber das war irgendwie ganz nett. So diese Türöffner-Geschichte. Und du hast auch immer einen Push bekommen, wenn es geklingelt hat. Kriegst du eine Benachrichtigung, wenn deine Frau heimkommt oder sowas? Also in der App tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie einschalten kann oder nicht. Ist mir auch komplett egal. Ich weiß, dass auf dem, wie gesagt, auf dem iPad, wo halt die Home-App installiert ist, da kommen regelmäßig Pushes an. Also die kommen halt wahrscheinlich über lokal. Wahrscheinlich kämen die aber auch über den Apple TV. Man weiß es genau. Also da kommen auf jeden Fall regelmäßig Pushes an. Jedes Mal, wenn es auf und zu geht. Aber ich kriege jetzt keine Informationen, wer gerade heimgekommen ist. Möglicherweise kann ich das irgendwie einsehen. Wer weiß das schon alles. Das, was tatsächlich ein bisschen, in Anführungszeichen, schlimm ist, man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. Und ich hatte ja bei Nuki angefragt, könnt ihr mir das mal ausleihen? Ich würde das gerne ausprobieren. Und jetzt stehe ich halt da und muss gestehen, ich habe mich da sehr dran gewöhnt. Und eigentlich möchte ich das nicht mehr ohne haben. Und jetzt muss ich halt den Nuki-Leuten mal sagen, okay, ich kann euch jetzt das Ding zurückschicken. Oder ich schicke euch den zurück. Was wollt ihr lieber? Und ich vermute, ich vermute mal, ich werde Zweiteres tun. Weil, wie gesagt, es ist halt, ich möchte, also dieses, wie so ein Tier, diesen Schlüssel drehen. Das ist ja so, und da 20, 18, das kannst du einfach voll vergessen. Ja, das wäre schon auch nicht schlecht. Meine Tür geht relativ schwer. Also man muss an dem Türgriff ziehen, damit man aufschließen kann, weißt du? Das gibt es ja auch mal, meinst du, der ist stark genug, um das aufzumachen? Ich wollte es ja mal mitbringen, ich hänge das mal ab. Und dann probieren wir das mal aus. Könnte sein, dass es nicht geht. Also ich meine, ich könnte natürlich auch, wenn ich höre, dass er dreht, selber ziehen. Und dann geht es sicher. Ja, aber dann ist, das ist ja auch wieder so ein Tier. Das ist ja alles nicht so gut. Komfortfaktor so ein bisschen weg. Ja, und immer, wenn ich Nuki höre, ich denke, es ist so eine Taschenatombombe. Vor allem, nein, das finde ich viel schlimmer. Ich meine, wir wissen alle, hier, Nuki heißt noch was ganz anderes. Und das ist einfach, ich verstehe, dass sie der New Key sagen wollte, aber es ist halt dumm, wenn du keinen Engl, jemanden kannst, der Englisch nativ spricht. Und, ne, guckst du mal, I did it all for the Nuki von Limp Bizkit. Und dann schau dir mal, was das Nuki wohl heißt in dem Fall. Ja, also, man gewöhnt sich auch, also, nein. Danke. Der E-Tron heißt auch E-Tron, ne? Ja. Ja, ja, es ist gut. Gut. Okay.